Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir einen örtlichen Rundweg vom St. Wendler Land und zwar die Ostertalrunde. Diese ist etwa 13 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Auf der asphaltierten Strecke, auf der wir gerade gelaufen sind, das war der Saarland Radweg. Einfach nur mal zur Impfung, ist hier eine schöne Gegend. Musik 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 Gleich laufen wir durch das Oertchenhof. Musik 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 Nach der Durchquerung des Oertschen Hof sind wir nun auf einer Hochhebene und da hat man sehr schöne Ausblicke weit ins Land. Die Ostertalrunde kreuzt auch den Saarlandrundweg, also in einigen Wochen oder Monaten werde ich hier wieder in der Gegend sein. Die Windräder, die ihr gesehen habt, ist der Windpark Haubersweiler und dort oben ist auch der höchste Punkt der Tour. Jetzt sind es noch etwa 2,5 Kilometer und dann kommen wir schon wieder am Auto an. Die zweite Hälfte wollen wir nächste Woche gehen. Zur Zeit habe ich etwas Probleme mit dem Fuß und ich will ihn jetzt nicht überanstrengen, da ich noch etwas mehr wandern will dieses Jahr. Ich bedanke mich, dass ihr wieder rein geschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch kein kostenloses Abo da gelassen habt, dann einfach eins da lassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sind gerade an der Gerade auf der asphaltierten Strecke, die wir gelaufen sind, das war der Saarland Radrund. Auf der asphaltierten Strecke, wo wir gerade... Auf der Hochebene, wo wir... Auf der Hochebene, auf der wir gerade sind, das ist die Windang... Ja, jetzt geht auch gerade Wind. Ja, jetzt geht auch gerade Wind.